52.3.859.739,733415 Die Continental AG ist ein deutscher börsennotierter Konzern der Automobilzulieferbranche mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen beschäftigt etwa 208.000 Mitarbeiter an über 200 Standorten in 53 Ländern. In Deutschland ist Continental Marktführer in der Reifenproduktion. Der Konzern hat sich über die Jahre vom reinen Reifenhersteller zu einem der größten Automobilzulieferer der Welt und dem zweitgrößten in Europa entwickelt. Seit dem 12. August 2009 ist Elmar Degenhardt Vorstandsvorsitzender der Firma Continental AG. Die Schäffler Holding im Alleinbesitz von Georg und Maria Elisabeth Schäffler hat eine Mehrheitsbeteiligung von 46% an der Continental. Die damit ein Schwesterunternehmen der Schäffler AG ist. Der Konzern ist seit dem 24. September 2012 wieder im wichtigsten deutschen Aktienindex DAX vertreten. Im Mai 2013 wurde das nebenstehende neu gestaltete Konzern-Logo eingeführt, weiterhin mit einem Pferd am Namensrend.